Liebe Schüler, einen wunderschönen guten Morgen. Auch im zweiten Trimester widmen wir uns wieder dem Lernen und dem Töten. Die E-Klasse ist der Assassination Classroom. Wir sind Killer. Wir trainieren zusammen, um gerüstet zu sein und schmieden Pläne. Und unsere Zielperson ist unser Lehrer. Jeder von euch, der sowohl bei der Gesamtbewertung als auch in einem einzelnen Fach den ersten Platz belegt, darf einen meiner Tentakel zerstören. Das ist die Trimesterabschlussprüfung des Assassination Classrooms. Haltet euch bloß nicht zurück. Zeigt mir, was ihr könnt. Diesmal schaffen wir es endlich, Korosensi mit der Klinge zu treffen. Jetzt wird sich endlich entscheiden, wer von uns stärker ist. Wir wollen bei den Abschlussprüfungen in jedem Fach den ersten Slap machen. Er ist das Ass der Asse in der A-Klasse, Gakshu Asano. Ich werde herausfinden, was du da in der E-Klasse zu vertuschen versuchst. Ich muss etwas unternehmen, noch innerhalb der Sommerferien. Wer ist da, wenn man sich nur einen Tag ausruht, vergessen Arme und Finger, wie man tötet? Ich bringe dir eine bestimmte Geheimtechnik bei. Eine Geheimtechnik, die dir ein Profikiller höchstpersönlich beibringt. Das ist kein Talent für Kampf oder Gewalt, sondern ein Talent fürs Töten. Kiki! Hey! Kalk! Hörte dich! Hörte dich! Kaffee